Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch das Spiel Escape Tales Low Memory vorstellen. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Low Memory Escape Tales. In dem Fall den ersten Teil, The Awakening, habe ich euch schon vorgestellt. Da sage ich auch was zu den Abläufen und da erfahrt ihr die wichtigsten Informationen, wie das Spiel funktioniert. In diesem Video möchte ich mich somit also ein bisschen kürzer fassen. Es ist ein zweiter Teil, es ist ein eigenständiges Spiel, ist erschienen bei Cosmos, ist ab 18 Jahre angegeben. Warum etc. erfahrt ihr nachher im Fazit. Und es ist für 1-4 Spieler und geht 3x150 Minuten. Sofern man das Spiel The Awakening schon kennt, wird man sich sehr schnell zurechtfinden. Und ansonsten gebe ich natürlich auch Neulingen ein paar Informationen, was in der Box steckt, um was es geht und ob das je nachdem was für euch ist. Zuerst einmal haben wir hier Aktionsscheiben und Fortschrittscheiben für die Fans, was The Awakening angeht. Die sind in dem Fall neu. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Entdeckungskarten, ich glaube fast 150 in dem Fall. Es gibt Stresskarten, die heißen jetzt neuerdings Stresskarten. Es gibt Raumkarten, dazu gibt es nachher ein paar Bilder. Und das Wichtigste ist, ihr spielt das Ganze erst in einem Tutorial, das geht ca. 30 Minuten. Und dann spielt ihr der Reihe nach, in dem Fall Akt 01, Akt 02 und Akt 03 durch und seid dabei jeweils eine andere Person. Das war ein kleiner Überblick, aber um was geht es denn überhaupt in diesem Spiel? Es ist ein einmaliges Spielerlebnis, ihr spielt das Ganze kooperativ. Und es geht natürlich darum, Rätsel zu lösen. Das Ganze im Zusammenhang mit einer Story, mehr Story als Teil 1 bei The Awakening. Da waren es ja auch viele Rituale, was ein bisschen düsterer, das ist hier nicht so. Richtet sich eher in die Hightech-Welt, was den Bereich angeht. Insbesondere am Anfang schon im Tutorial sehr stark orientiert, was Raumüberwachung etc. angeht. Aber das ist dann doch hier ein bisschen kompakter gehalten. Aber ihr solltet dennoch die Reihenfolge hier ausführen. Wie ihr jetzt im Hintergrund seht, deswegen ein paar Bilder möchte ich euch zeigen, weil der ein oder andere kennt es ja auch gar nicht. Ist es so, dass man in einem Raum dann quasi landet und diesen Raum erkundet. Dazu habt ihr Aktionsscheiben und ihr solltet gut überlegen, was ihr in diesem Raum erkundet, was denn überhaupt was bringt. Abhängig vom Schnittpunkt schaut ihr dann in dem jeweiligen Kapitel dann nach oder in dem jeweiligen Büchlein nach. Das ist natürlich immer weiterführend, abhängig in welchem Akt ihr seid und lest das vor. Je nach Raum, den ihr dann erkundet, bekommt ihr dann weitere Hinweise, weitere Rätsel, die ihr dann lösen müsst. Und dazu nutzt ihr eine App bzw. den Link zur Homepage. Das könnt ihr mit dem Handy auch ganz gut machen. Bekommt dort weitere Hinweise, bekommt angezeigt, wie viele Karten ihr braucht, um ein Rätsel zu lösen. Und gibt natürlich auch dort die Lösung ein und bekommt einen Hinweis. Das gleich vorneweg. Und wisst dann quasi, auf welcher Seite bzw. welcher Textstelle ihr weiterlest. Und bekommt weitere Karten. So entwickelt sich das weiter. Aber keine Sorge, wenn ihr nicht weiter wisst, es wird auch immer, und das ist super, es wird angezeigt, wie viele Rätselkarten ihr benötigt. Weil teilweise ist man sich nicht sicher, ist das jetzt schon ein Rätsel oder fehlt da noch eine Karte. Das wird super in der Übersicht, was jetzt die Homepage angeht, angegeben. Aber ansonsten bekommt man auch Hinweise zu den Rätseln. Also man wird auf jeden Fall den Lösungsweg dann finden. Ja, und mehr brauche ich euch gar nicht sagen. Die Anleitung enthält die wichtigen Informationen, aber ihr werdet einfach durch das Spiel geführt. Habt ihr den Knackpunkt raus und wisst, ah, ich muss ja die Aktionsscheiben drauflegen. Abhängig vom Schnittpunkt muss ich dann das und das lesen bzw. das Rätsel, das raus resultiert, dann lösen. Das lernt ihr recht schnell. Und damit bin ich auch quasi schon beim Fazit, was hier auch dieses ganze Material angeht. Das ist ja ein Mix aus Adventure Games und Exit. Und ja, das Erste, was man sich natürlich fragt, ist das jetzt düster, weil das jetzt ab 18 ist. Da fand ich Teil 1, Awakening, düsterer mit gewissen Ritualen etc. Könnt ihr mal in das Video dann reinschauen, das ist auch sehr beliebt bei euch. Und das fand ich sogar einen Tick besser. Auf jeden Fall besser, nicht einen Tick, das fand ich einfach besser. Warum das Ganze ab 18 liegt, das liegt laut Verlag an gewissen Entscheidungen, moralischen Entscheidungen, die man hier dann treffen muss. Ist natürlich teilweise grenzwertig und deswegen hat man es wahrscheinlich hochgestuft auf das Alter. Aber hält sich für mich absolut im Rahmen. Ganz wichtig, ihr solltet auf jeden Fall das Ganze der Reihenfolge nachspielen, weil sonst blickt ihr nicht durch. Ihr spielt teilweise noch Bereiche, wo ihr dann kennt. Aber auf eine andere Art und Weise. Also das solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr das einhält. Und deswegen ist auch die Zeit angegeben mit 3x150 Minuten. Ja, die Zeit haben wir auch gebraucht. Wir haben teilweise viel länger gebraucht und das war dann schon für mich wirklich grenzwertig. Das Tutorial geht recht schnell. 30 Minuten haben wir etwa gebraucht. Aber der erste Teil, bis man dann drin ist, der hat sich doch hingezogen. Teilweise Rätsel, wo wir wirklich 20, 30 Minuten saßen. Und da ist schon das Thema, wo man sagt, komm, jetzt schau schon mal in die Lösung rein. Das geht uns jetzt einfach zu lange. Also so viel zum Thema. Manchmal schaut man dann wirklich rein. Wenn ihr das Hitzfleisch habt, okay, aber dann spielt er länger als 3x150 Minuten. Dann spielt er das wahrscheinlich das Spiel über zwei Wochen, je nachdem. Ihr könnt es ja immer wieder zurücksetzen. Nicht zurücksetzen, ihr könnt es abspeichern und dann wieder weiterspielen. Das funktioniert super. Ihr könnt aber auch das Spiel zurücksetzen. Das wollte ich damit sagen. Also da wird nichts zerschnitten etc., was sicher viele daran stören, was da gemacht wird. Also Zeitfenster ist echt lang. Und bereits im ersten Szenario oder im ersten Akt, in dem Fall mit der Elisabeth, da fand ich teilweise die Story schon ein bisschen haarsträubend, ja, ein bisschen zäh. Es kam jetzt nicht diese tolle, ja, dieses Kribbeln, das ja, wow, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert ist. Die haben ein bisschen mehr Story. Hat mich dann doch nicht so gepackt, muss ich ehrlich sagen. Hat mich dann doch ein bisschen nüchtern. Ich habe dann mich der um die Rätsel gekümmert. Aber irgendwie war dann doch ein bisschen was haarsträubend. Und was auch noch war, man wählt ja auch aufgrund der Koordinaten dann aus, da legt man eine Aktionsscheibe hin, weil da hat man vielleicht was gesehen, da will man was sehen. Und dann legt man Aktionsscheiben drauf und dann lest man jetzt, ohne jetzt viel zu spoilern, lest man dann in dem Text nach, ja, da ist eine Smartwatch, da habt ihr das und das gesehen. Da ist doch keine Smartwatch. Also entweder bin ich farben- oder nicht farbenblind, entweder sehe ich das nicht oder war das so winzig klein im Detail. Das ist jetzt ein Punkt, der mich insbesondere sehr gestört hat und der kam auch, ja, öfters vor. Und das hat mich einfach gestört, sodass wir wirklich dann zwischendurch gesagt haben, es ist gerade egal, wo du draufsetzt, das ist gut, das ist eigentlich ein Hinweis, das könnte ein möglicher Hinweis sein. Wenn es euch anders geht, schreibt es bitte mal in die Kommentare rein, vielleicht liege ich auch total falsch. Das fand ich beim ersten Teil, The Awakening, einfach besser gelöst. Das hat mir hier nicht gefallen. Thematisch natürlich speziell, ganz klar, was Forschung etc. und andere Themen dann angeht, hat mich jetzt aber auch nicht persönlich gepackt. Die Story insgesamt, die war okay, war okay, aber richtig lang. Also wir haben jetzt, ich wollte das Video eigentlich schon viel länger euch oder vor längerer Zeit vorstellen, aber es hat sich dann doch gezogen, bis wir da fertig waren. Es wird ja angegeben für 1 bis 4 Spiele, ihr könnt es auch gut solo spielen, braucht es sicherlich länger. Wir haben das Ganze zu zweit gespielt. Zu viert kann ich mir vorstellen oder zu dritt geht es sicherlich schneller, aber zu zweit haben wir es gespielt. Und wir sind ja Rätsel erfahren, wir spielen ja alles mögliche, Exit und sonstige. Also Adventure und ja, das Adventure, das Neue ist richtig klasse. Das wollen wir euch auch noch vorstellen, je nachdem, wann das Video schaut. Aber das war echt zäh und ja, also ihr merkt, überzeugt, hundertprozentig überzeugt bin ich nicht. Ich mag diese innovative Spielidee mit diesen Koordinaten, dass man dann in der Story weitergeführt wird, aber hier war das teilweise ein bisschen haarsträubend, hat mich einfach nicht gepackt. Ja, insgesamt, ich komme ja eigentlich schon zum Schluss, eine tolle innovative Idee, das auf jeden Fall. Schaut euch, je nachdem, wenn ihr das Spiel gar nicht kennt, erstmal so Awakening an. Am besten schaut ihr in das Video rein, da bekommt ihr einen Blick. Das habe ich auch wirklich gut, hoffentlich auch gut dargestellt, was die Abläufe angeht, weil hier habe ich mich einfach ein bisschen kürzer gefasst. Das Wichtigste, denke ich, ist geläufig, aber dann schaut dann einfach mal in das Video rein. Und wenn ihr es euch holen wollt, oder Teil 1, würde ich jetzt euch eher empfehlen, wenn ihr es nicht kennt. Es dauert, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so teuer. Gerne über die unten genannten Links. Ein packendes, Rätsel-Story-getriebenes Spiel mit Abstrichen, Story, ein Klammer, Rätsel, teilweise zu lang, zu kurz, zu schwierig, viel zu einfach. Es ist schwierig, natürlich immer das Richtige für jeden zu finden, aber ja, vollständig überzeugt hat es mich nicht, dann eher The Awakening. Schaut es euch an, ich weiß gar nicht, wie die Reihe weitergeht. Wir werden sicherlich darüber berichten. Das war Escape Tales Low Memory. Ach, ich war richtig, ja, ich habe mich richtig gefreut auf dieses Spiel, aber es hat mich letztendlich dann doch nicht so gepackt. So ist, Meinungen sind verschieden, ist doch gut so. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ansonsten, tschüss, macht's gut und bis bald. moveset. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.